Mittwoch, der 5. September 2018. Es ist 18.25 Uhr. Jetzt live mit Fiebern bei der Ziehung der Lottozahlen mit Chris Fleischauer. Guten Abend aus Saarbrücken. Es ist wieder Zeit für die Ziehung der Lottozahlen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und heute ist es ja eine ganz besondere Ziehung, denn unser Jackpot wurde nun zwölfmal in Folge nicht geknackt. Das heißt für uns, alles muss raus, so geben es unsere Regeln vor. Und dann machen Sie sich mal bereit, denn gleich geht's los. Unsere Kuh- und Ziehungsgeräte, die sind natürlich schon bereit, wie immer im Vorfeld, ordnungsgemäß überprüft. Es kann also losgehen. Die große 27-Millionen-Euro-Show startet jetzt. Ihnen allen viel Glück. Ja, insgesamt 18 Spieler, die waren in den vergangenen zwölf Zielen ganz nah dran an unseren Jackpot. Wir hatten jeweils die 6 Richtigen, aber immer ohne passende Passwort. Das bringt uns zu heute die Zwangsausschüttung. Und das ist das, praktisch, das ist die Zahl Nummer 1, die 37. Das heißt, wenn es heute einen oder vielleicht auch mehreren Spieler gelegentlich die 6 Richtigen und für sie die Superzahl vorausgesagt zu haben, dann geht der Jackpot natürlich ganz normal raus. Wie die nächste Leute zahlt die 15. Es sollte aber wieder für den Spieler einen Super-Richser haben, dann schließt der Jackpot in die Klasse 2. Somit wäre also ein einfacher 6er, ohne Super zu bereichen. Dann teilen sich alle mit einem 6er 27. Die nächste Lottozahl ist die 9. Ja, und was ist, wenn es heute noch keine Spieler mit einem einfacher 6er gibt? Und das kommt ja immer wieder mal vor. Dann teilen sich natürlich die, die im Jackpot, die alle 5 Richtigen mit Superzahl. Also, wenn wir jetzt doch nicht zu tun haben. Die nächste Lottozahl zahlt die 46. Die 27. Kilo, die wir heute bei der 8. Jackpot sind, die sind gleichzeitig bisherige Rekord in diesem Jahr. Wir sind also gespannt, was die heutige Lottoziehung so berührt. Die Zahl, die stehen ja schon mal fest. Da ist die 5. die vorletzte. Die 13. Dann haben wir jetzt das Lottozahl. Das ist auch das Tor. Die 3. 2. Und wo sind sie einfach in der Zeit? Das sind sie. Die 6 Richtigen. Die 6 Kugeln, die hoffentlich heute mit Ihren Kreuzchen zusammenpassen. Mit meinen Kreuzchen passen sie nicht. Das habe ich schon noch geguckt. Leider. Also, bin auch weiterhin hier. Jetzt gucken wir aber erst mal, welche Superzahl aus unserer Ziehungsmaschine fällt, weil die brauchen wir ja noch. Weil vielleicht hat ja jemand doch heute den Super 6er. Ich drücke nochmal ganz fest die Daumen. Viel Glück. Insgesamt sind es 40,66 Euro in der heutigen Ausspielung und es sind 27 Euro, die heute in jedem Fall rausgehen. Und das ist der heutige Superzahl. Die 4. Damit stehen jetzt nun alle Gewinnzahlen fest. Und keine Angst, die gucken wir uns natürlich nochmals an in unserer Übersicht. Da können Sie nochmal ganz in Ruhe mitschreiben. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Ich möchte sie schon mal mit einem Zettelstift. Also, 3, 9, 13, 15, 37, 46 und die Superzahl eben gesehen, die 4. Das sind sie also. Die 6 richtigen inklusive Superzahlen, die heute für unsere 27 Millionen Euro stehen. Es gibt aber noch weitere Gewinnzahlen, natürlich die der Zusatzlotterien. Die fehlen ja an dieser Stelle noch. Die werden ja immer im Vorfeld zur Leipzigung ermittelt. Und die haben wir hier bis Spiel 77. 6, 0, 0, 1, 1, 9, 5. Und noch die Gewinnzahl der Lotterie Super 6. Da gewinnt 9, 8, 0, 6, 7, 6. Wenn es dann jetzt doch etwas zu schnell ging, nachlesen, können Sie immer nochmals alle Gewinnzahlen ganz in Ruhe bei uns im Internet auf lotto.de. Der Jackpot, der ist weg. So viel kann ich Ihnen mit Sicherheit schon heute sagen. Die genauen Quoten, die gibt es dann morgen früh. Und am Samstag starten wir dann ganz gemütlich wieder von vorne. Bis dahin, Ihnen allen noch eine schöne Woche. Tschüss, machen Sie es gut. Lotte 6, 8, 9, 40, Spiel im Heim Original.